Hallo Leute und Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Pita. Ähm... So sieht sich aus wie es ist. Das wäre echt cool. Wie soll ein Adblock? Ich bin nicht hingesetzt. Gut, ähm... Ich bin mal ein bisschen mit Freude gekommen. Und da Leute, ihr habt euch gewünscht, dass ich mir ein neues Mikro hole. Und ähm... Damit mit dem neuen Mikro werde ich wohl am Freitag zu den... Bei den Minecraft-Fakten... Der Minecraft-Fakten... Ich muss nicht noch mal Minecraft-Fakten... Auf jeden Fall bei der Minecraft-Fakten möchte ich die erste... Aufnahme mit dem neuen Mikro machen. Ähm... Tja, das auf dem alten... Was sind wir da jetzt hier? Jetzt in der Folge, denn... Ich glaube, morgen macht gar kein Video. Ich bin nicht irre. Nein, kommt nicht kalt. Oh, ne. Ich hab nicht gesagt, dass wir auf ein Video kommen. Und deswegen... Das ist jetzt... Die letzte Aufnahme. Ähm... Die alten Mikro... Ich komm doch wieder zu Vive. Zweimal sogar. Und... Äh... Wenn ihr... In dieser Folge guckt, dann ist die erste schon raus. Dann ist sie... erschienen. Und... Und... Ich... Das ist noch... Also, letzter Mal ist die letzte Aufnahme mit dem alten Mikro, die ihr... Guck mir werdet aus, hier guckt, wenn ich die letzte Weiß. Deswegen ist das schade. Öh... Oh, jetzt hole ich nicht auf einem Stein. Geil. Boah, 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 boah. Eieieiei. Eieieiei. Stein. 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 Eieieiei... Ich hab die alte Map nicht mehr wiedergefunden. Also, die ist hier wie... Ich will das schwören. Ich will die Schlafstürze. Letzte Woche. Uuuh... 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 Oh, der Stein. Oh, der Stein. Um... Ja, ich glaub mal wie so ein Steinraum. Und ich tue jetzt ganz richtig, dass auf der Beta noch keine, ähm, Durabilities angezeigt werden. Oh, 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 Scheiße. Oh, was ist das? Scheiße, ich hab mir den Werkmann nicht mitgenommen. Aber egal, wir werden da irgendwie jetzt hier so einen Gang hochfahren. Ich weiß nicht, ob ich mich noch bereichne, aber... Wir werden sehen. Oh, wir sind frei. Okay. Ich hab's geschafft. Uh. Grandios. Das war grandios, oder, Leute? Ich hab die Hose aber, Alter. Mann! Ich hab's. Ich weiß nicht schon, warum ich die Färzen regenerieren. Ich hab die Färzen. Ich hab's. Ich hab's, was weiß ich nicht so. Ich hab das schon mal aufgefallen. Was ist jetzt hier? Keine Lübe. Oh Musik, wenn nicht läuft. Und das war's langsam auch mit dem, ähm, ich will nicht das hier denken, das war's mit dem Video, nein, Spaß. Ähm, das war's jetzt schon langsam, das ist jetzt der 24. und hab gesagt, am 26. Juni gibt es wieder regelmäßig Videos, also das ist jetzt... Heute kommen ja 3 Videos, also das geht eigentlich ganz normal eigentlich. 3 Videos, ja. Ich mach nichts. Ich schwöre, ich mach grad nichts. Ich hab die Finger von meiner Tastatur, Maus und alles, ich hab alles raus und ich bring einfach... Hier, ich schwöre. Und deswegen eine Maus. So. Ich bin hier weg. Genau, Maus, jetzt nicht mehr. Oh, naja. Was ist da los? Na ja, auf jeden Fall, ähm... Wir freuen, dass wieder 3 Videos kommen, so weiter, so weiter. Ich hab mal mal wieder... Ich weiß, das sieht voll in die Nase aus, ne? So. 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 Das ist ein Verzeppling. Wir sind frei von irgendwelchen kühlenen Bäumen. Da müssen wir welche pflanzen und die tun wir mal. Oh, sehr sehr schöne Treppen hier. Ich hab's selber zugelegt. Ah, jetzt sind wir schon auf dem Berg. Oh Gott. Da ist Schnee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geht's hier hoch. Ich hab's gegessen. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Wie ist das denn hier? Äh, wie läuft? Äh, wie läuft? Gut. Wir können machen, was wir zwar wollen. Joah, gut. Ähm, ja, das ist das normale, ne? Jawohl, sehr schön. Jetzt will ich auch noch schön die Birken. Habe ich in den ersten Folgen mit 1 Wettel nicht gemacht, habe ich nie die Birken abgeschlagen. Ähm... Ich habe hier entschlossen, die Videos ein bisschen länger zu machen. Also nicht immer, ähm, z.B. 10 Minuten immer, ne? Sondern auch mal 15 Minuten oder 20 Minuten zu machen. Uh, glaube ich, LetterWife, ähm, mit verschiedenen Zeiten. Und das Schafleben macht. Also so lange, wieviel ich Bock habe. Oh. Oh, nicht lieber. Nein. Doch, ich kann auch am Tag schlafen, wenn man will. Ach. Ha. Ach, ich muss euch nicht schmeißen hier. Okay, Leute, das war's dann von Minecraft Beta. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao.